Hallo, ich bin euer Nima und guck mal, ich habe hier ein kleines Bild überdruckt. Wollt ihr was für Nimas Kanal sagen? Hi Nima! Hi Nima! Falls ihr den Vlog vom letzten Jahr nicht gesehen habt, diese Location ist die heftigste Location. Hier gibt es einfach Zahnpasta und Taschentücher im Automaten und Gaffertaktiker. Tiger, das war auch gut. Guck mal wie krank das ist, was es hier alles zu holen gibt. Rasierer, irgendwelche Duschgäs und so. Hast du schon mal so einen Automaten gesehen? Kannst du alles essen. Scoop! Sag mal auch Scoop. Scoop, 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 Scoop! Everyday Saladin, Everyday Saladin. Everyday, Everyday, Everyday Saladin. Haha. O, okay. Was? Oh, schien! Stürf! Die Idee von 3,4! Leute, Wien war der Hammer und jetzt gibt es erstmal die Autogrammstunde oder Fotostunde oder wie man auch immer das nennen möchte. Auf jeden Fall seht ihr jetzt ein paar Impressionen nach vorne. Noch einer, oh, 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 oh. Das geht hier ab. Zwei Reds. Das kann doch nicht sein, ey. Morgen haut er raus. Everyday, Sunday. Er hat so lange gewartet auf seinen Einsatz. Er hat so lange gewartet auf seinen Einsatz. So ein schlechten Witz, Digga. Er hat das so lange gehalten hier drin, damit er ihn sagen kann. Keiner, keiner hat es gezeigt. Alter Scheiße. Was? Wer ist denn jetzt der Red? Ne, hör mal auf jetzt hier. Meinst du, er ist Fan von dir, Digi? Meinst du, er mag deine Videos? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Locker kennt er dich nicht. Was? Prima. Ja. Nochmal, los, sagen wir einmal noch. Digga, bei dir feiert keiner, merkst du? Keiner feiert, Digga. Oh la la. Bist der Einzige das feiert. Okay. Nimm mich auf, das ist interessant. Nein, das ist interessanter. Und was ist das? Ey, das ist Abangssinn, weißt du das? Du bist der Herr! Käpt'n! Hebe die Hand für den Käpt'n! Ich bin der Champion! Musik Jetzt kommt der Topofan. Kein Schrappe! Dima, wenn du das siehst, du bist hässlich. Schneid das nicht raus! Wir machen die Kamera! Digga, was? Hallo, Dima! Du bist noch etwa 30! Nein, ich mag dich! Oh, Leon-Maschette, sag was für Dimas Kamera! Ach so! Dima, ich hoffe, dieses kurze Video hat dir gefallen! Von mir und dein ganzes... Oh, Dima! Tschüss, wir sehen uns morgen! Tschüss! 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 Und bin ich hässlich in diesem Weitwinkel? Das hast du auch gesagt! Überhaupt einfach hässlich! Tschüss! 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 Tschüss!